Musik Hier habe ich Gemüsse, Früchte, Beeren. Iselin lernte ihre vegane Ernährungsberaterin an einer Konferenz kennen. An dieser Konferenz wurden die Vorteile von Kapseln angepriesen, die als Nahrungsergänzung dienen und Pulver von getrockneten Früchten und Gemüsen enthalten. Ich nehme täglich zwei Kapseln Früchte, zwei Kapseln Gemüse und zwei Kapseln Beeren. Das entspricht in etwa eineinhalb Kilo Früchte und Gemüse. Damit bin ich sicher, dass ich meinen Bedarf vollständig abgedeckt habe. Das ist perfekt, um sich daran zu gewöhnen. Um sich an ihre neue vegane Ernährung zu gewöhnen, nimmt Iselin neben den Kapseln Shakes derselben Marke, die sie mit pflanzlicher Milch zubereitet. Die Shakes werden ebenfalls an den Marketingveranstaltungen des Herstellers empfohlen. Wir erfahren, welchen positiven Einfluss dies auf unsere Gesundheit haben kann. Zudem werden uns auch die Herstellung und die Herkunft erklärt. All das gibt dem Körper nicht nur die benötigten Nährstoffe, es entgiftet gleichzeitig auch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017